Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O-Talk Podcasts. Mein Name ist Raphael und es freut mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir eine Konstellation, die wir seit geraumer Zeit nicht mehr gehabt haben, denn ich bin heute mit dem lieben Lukas mal wieder hier am Aufnehmen. Hallo Lukas, wie geht's? Hallo Raph, mir geht's soweit ganz gut. Leicht erkältet, aber ich freue mich sehr, mit dir mal wieder aufnehmen zu können. Ja, letzte Zeit war recht vielmal wie mit los. Ich war dann, ja, Klausurenphase noch nachträglich, ein, zwei Klausuren geschrieben, hab dann noch, ja, war dann letzte Woche in Berlin unterwegs, deswegen, ja, wenig Zeit für den O-Talk gehabt. Freue mich aber auf die heutige Diskussion und glaube, dass wir da echt ein ganz spannendes, interessantes Thema vorbereitet haben. Wie geht's dir? Definitiv, ja, mir geht's soweit auch ganz gut. War vor ein paar Tagen auch erkältet. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen, ja, es geht so ein bisschen herum. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt wieder fit und ready aufzunehmen. Wir haben in der Tat heute ein sehr, sehr spannendes Thema vorbereitet und zwar wollen wir beide heute mal so ein bisschen darüber diskutieren, was ist denn eigentlich Vintage? Das ist ja ein Begriff, den man sehr, sehr oft hört in dieser ganzen Uhrenszene, aber keiner kann einem genau und vor allem verbindlich sagen, was denn jetzt eine Vintage-Uhr ist. Und genau der Sache möchten wir heute so ein bisschen auf den Grund gehen. Und bevor wir damit jetzt anfangen, natürlich unser bekanntes Ritual an der Stelle, der Audio-Wriss-Check. Und Lukas, wenn ich mich nicht täusche, dann hast du heute ein brandneues Release am Handgelenk und deswegen würde ich dir jetzt den Vortritt lassen. Nein, den brandneuen Release habe ich leider nicht mehr am Handgelenk, den musste ich schon wieder zurückgeben. Ich habe heute meine BlackBerry 58 am Handgelenk, aber ich möchte gerne auf die Uhr, die du jetzt angespielt hast, gleich noch eingehen. Ich trage heute meine BlackBerry 58 und ja, seit längerer Zeit mal wieder, beziehungsweise seit längerer Zeit mal wieder für euch wahrnehmbar, weil in letzter Zeit war es dann doch schon so, dass ich eben im Januar, wo ich zu Hause war, recht viel meine anderen Uhren getragen habe, also IWC und Cartier vor allem. Und ja, die Tudor so ein bisschen hinten übergefallen ist. Und dementsprechend war dann jetzt die Reaktion auch, als ich sie jetzt gestern mal irgendwie auf Instagram gepostet habe mit Watch of the Day, wo dann kam, ah, schön mal wieder zu sehen oder wusste gar nicht mehr, dass du die auch noch hast. Deswegen, ja, sehr, sehr coole Uhr. Momentan passt es mit dem Handgelenksumfang auch. Sie ist tendenziell immer noch ein bisschen zu weit, aber ja, altbekannte Problematik. Ich hoffe, dass es da irgendwann mal eine Ablösemöglichkeit gibt. Ich hatte jetzt irgendwie online gesehen, dass es auch halbe Glieder von einem Drittanbieter gibt. Vielleicht ist das mal eine Option für mich, aber ja, die Uhr trage ich momentan. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwie nochmal ein anderes Lederband oder Kautschukband dafür hole. Aber ja, macht mir nach wie vor sehr, sehr viel Spaß und bin froh, sie in meiner Sammlung zu haben. Was trägst du denn heute? Ja, ich habe dieselbe Thematik mit der, also ich habe sie nicht, aber ich hätte sie haben können mit der Uhr, die ich heute trage, bezüglich des Armbands. Denn ich trage meinen neuesten Watch Alert, würde ich mal so sagen. Und zwar eine ungetragene, jetzt nicht mehr, aber die war bis vor 48 Stunden ungetragen, Cartier Cougar und zwar die Version mit dem grauen Ziffernblatt mit den weissgoldenen, applizierten römischen Indizes und dazu eben dieses charakteristische Cougar-Band. Nicht das Pantelband, also nicht dieses fünffreige, sondern dieses Band mit diesen Einzelgliedern, die so horizontale und vertikale Rillen aufweisen. Und ja, du hast sehr, sehr große Glieder bei dieser Uhr eben und das macht das Ganze so ein bisschen tricky, das anzupassen. Nichtsdestotrotz hatte ich Glück, die Uhr passt mir wie angegossen. Da hatte ich bei anderen Modellen ein bisschen weniger Glück, aber sei es drum, die könnte man auch an einem Lederband tragen, aber ich denke mir, wenn das Band so eine ausgefallene und besondere Konstruktion ist und auch so quirky designt ist, sage ich jetzt mal, dann gehört die Uhr definitiv an das Metallband. Und ja, die Uhr hat ein Datumsfenster, welches nicht schlimmer platziert sein könnte. Und ganz ehrlich, mittlerweile gefällt es mir sogar irgendwo. Also das Datumsfenster, das ist so lustig platziert, irgendwie komplett, als hätte man das zufällig auf die Uhr geworfen. Und das ist, wie gesagt, so dermaßen, ja, unpassend, dass es sogar schon wieder was Cooles hat. Und das ist bei mir jetzt die Watch of the Day. Ja, sehr cool. Das Datum ist auf drei Uhr, ne? Aber ziemlich weit nach dem Weg, oder? Ja, ich würde sagen, das Datum ist irgendwo zwischen drei Uhr und dem Zeigerstock so zufällig reingemacht. Also man sieht natürlich, dass da einfach das Werk die Vorgabe gegeben hat vom Datumsfenster. Du, es war nicht schwierig gewesen, das Datumsfenster wegzulassen, aber war halt wahrscheinlich Vorgabe und vielen ist es ja auch wichtig. Für mich ist es absolut kein Dealbreaker, weil die Uhr ansonsten einfach voll meinem Geschmack entspricht. Du hast die Lünette, die von hinten verschraubt ist und du hast halt im Endeffekt ein rundes Panther-Gehäuse. Und ja, von dem her ist es eine sehr, sehr cool Uhr, an der ich gerade viel Freude habe. Ich trage die immer so ein bisschen in Abwechslung mit eben der Panther. Und die Uhren sind sich eigentlich relativ ähnlich und ja, gefallen mir sehr, sehr gut. Ja, lass uns aber mal noch einmal kurz über die Uhr sprechen, die du eben angeteasert hast, beziehungsweise ja, die ich die letzten Wochen getragen habe. Und ja, das war wirklich ein bisschen gemein, weil ich noch nicht so richtig über die Uhr sprechen durfte, weil die jetzt heute eben am Tage der Aufnahme, dem 23. Februar, erst vorgestellt wurde. Und ja, dementsprechend konnte ich sie nicht in der Urtour-Community zeigen, konnte sie in den anderen Uhrengruppen nicht zeigen, nicht auf Instagram. Und das war schon teilweise echt hart, weil man selber die Uhr echt gefeiert hat, sie echt gerne mochte, aber die Freude mit keinem so richtig teilen konnte. Natürlich irgendwie mit den Leuten, die, ja, mit einem die Freizeit verbracht haben oder mit Freunden und so weiter. Aber die haben halt meistens nicht so den Bezug zu Uhren. Für die war das dann halt so nicht so cool wie für mich. Und wie kann es anders sein? Es handelt sich um eine Nomos. Und da den absoluten Klassiker, die Tangente, also eins der Uhrmodelle von Nomos, mit denen sie eben 1992 auch gestartet sind. Und da gibt es mittlerweile ja eben eine breite Vielfalt an Modellen. Wir haben den ganz klassischen Durchmesser 35 Millimeter. Es gibt eine 38er Tangente, eine 39er Tangente, eine 41er Tangente. Also wirklich für fast jeden Handgelenksumfang was dabei. Und da dann auch schon gerade über die ganzen Jahre sehr, sehr viele Editions mit allen möglichen Ziffern, Blattfarben und so weiter und so fort. Und wir haben es ja in den letzten Jahren gesehen. Chris und ich hatten ja nach dem letzten Nomos-Forum letzten Herbst drüber gesprochen, dass Nomos immer mehr in Richtung Farben, Sonnenschliff und so weiter geht. Das heißt, weg von den ganz klassischen matten Ziffernblättern beziehungsweise ergänzend dazu eben halt noch farbige Ziffernblätter rausbringt. Und es gab die 38er Tangente schon lange. Die hat ein guter Kumpel von mir auch mit einem blauen Ziffernblatt und mit dem Alpha-Handaufzugskaliber. Und jetzt hat Nomos eben das Produktportfolio dahingehend erweitert, dass es jetzt eben eine blaue Tangente mit Automatikkaliber gibt. Und dabei gibt es eben das Ganze in zwei verschiedenen Größen. Einmal in der klassischen 35er-Variante und eben einmal auch noch in der 39er-Variante, wobei 39 jetzt eher 38,5 sind. Ich habe mich auch tatsächlich gewundert, dass sie sich doch recht klein trägt für so eine Art Uhr. Und ja, kleine Unterscheidung ist da eben halt nochmal der Neomatik-Schriftzug in blau auf dem Ziffernblatt unter dem Nomos-Glasthütter auf 12 Uhr. Und eine weitere Unterscheidung zu der Handaufzugsvariante der 38er-Tangente mit blauem Ziffernblatt ist eben hier der Sonnenschliff. Und das Ziffernblatt hat mich da wirklich abgeholt, weil das ein super, super schöner Blauton ist, beziehungsweise der changiert ja gegebenermaßen einfach super vielseitig. Also du hast bei direkter Sonneneinstrahlung wirklich ein hell türkisblau fast schon. Wenn es ein bisschen bewölkter ist und du so ein bisschen schräg auf die Uhr guckst, wird es so ein blaugrau. Und wenn du halt wirklich bei etwas gedeckterem Licht raufguckst und die Uhr im richtigen Winkel hältst, ist es wirklich so ein tiefblau, was schon fast in so einen Schwarz geht, in den Atlantikton übergeht, wie er bei Nomos ja zum Beispiel auch bei manchen Modellen heißt. Und ja, hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht, weil mir irgendwie auch nochmal so eine blaue Uhr in der Sammlung fehlt, bin ich da ja schon wieder am überlegen. Ich hatte wie gesagt die 39er-Variante, das kommt eben an einem bombierten Shell-Cordovan-Band mit Bügel-Dornschließe und ja, klassisches DUW-3001-Kaliber drin. Hatte ich ja in Folge 122 mit dem Mirko Heine, dem Entwickler von diesem Uhrwerk eben, oder Teil des Entwicklerteams dieses Uhrwerks, darüber schon gesprochen. Und das Coole ist halt eben, dass man halt ein sehr, sehr flaches Automatikkaliber hat. 3,2 Millimeter ist das Ganze hoch und dadurch kann man da halt einfach eine Uhr bauen, die jetzt eine Gesamthöhe hat von 6,9 Millimeter. Und das sind halt eigentlich eher so Abmessungen oder so Höhen von Handaufzugswerken. Und dass man das hier halt eben geschafft hat, mit so einem flachen Automatikwerk das Ganze eben umzusetzen, finde ich wirklich cool. Man hat 43 Stunden Gangreserve und in sich einfach eine wirklich cool gemachte Uhr, die mir wirklich gut gefallen hat. Ich bin ja sowieso bekennender Fan von der Marke, von der Tangente und dementsprechend ist das hier jetzt ein No-Brainer. Was auch noch cool ist, ist eben die Auswahlmöglichkeit Stahlboden, Glasboden. Bei beiden Modellen ist dann so ein Preisunterschied von genau 300 Euro bei der 39er-Variante. Jetzt ist dann eben die Referenz 145 beziehungsweise mit Glasboden 146. Finde ich einfach cool. Es gibt ja Puristen, so jetzt dich zum Beispiel, die sagen, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt einen Glasboden haben. Für mich ist ein Stahlboden auch fein. Dann kann man da noch ein bisschen Geld sparen. Ich will jetzt immer beim Glasboden bleiben, weil ich es immer cool finde, sowas dann sich anzuschauen. Und ja, das war mein Vergnügen in den letzten drei Wochen. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die auszutesten. Passt zu super vielen Outfits. Das ist auch wieder was, was man super gut im Alltag tragen kann. Aber gleichzeitig halt eben auch ein bisschen formeller eben zu einem Sakko mit einem Hemd oder eben Hemd und Pullover oder wie auch immer. Also ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schaut euch die unbedingt mal an. Wir werden auf jeden Fall irgendwie noch mal ein Bild auf Instagram posten. Wie gefällt sie dir? Also wir haben ja vorhin schon ein bisschen über die Uhr gesprochen. Und ich habe da ganz ehrlich meine Meinung kundgetan. Und das ist jetzt kein klassischer Rant gegenüber der modernen Uhr. Aber ich muss halt einfach sagen, dass der Bauhausstil nicht unbedingt meinem Geschmack entspricht. Also ich habe mir die Uhr länger angeschaut. Ich muss sagen, den Blauton vom Ziffernblatt, den finde ich wirklich sehr gelungen. Wenngleich ich nicht ganz sicher bin, ob der auf das Design der Uhr passt. Weil ich einfach das Gefühl habe, die Uhr lebt durch das Simple, durch das Unaufgeregte, durch ein klassisches, einfarbiges Ziffernblatt. Und ja, wie gesagt, also ich bin nicht unbedingt ein Fan von dem Case-Bild von dieser Uhr. Da finde ich die Club zum Beispiel um Länge besser. Klar, es ist die originale Normo so in dem Moment. Aber auch eben die Proportionen von einer kleinen Sekunde. Ja, es ist nicht das, was mir so gefällt, weil nichts, was ich mir so holen würde. Aber dennoch finde ich es cool. Vor allem, dass du auch die Chance bekommen hast, die Uhr bereits vor Release zu tragen. Und mich würde da mal interessieren, hast du da irgendwie so, ja, bist du da so mal durch die Stadt gegangen, fattest du die Uhr an und hast irgendwie, keine Ahnung, aufpassen müssen, dass dir niemand siegt? Oder wie sieht es aus? Nee, das war eigentlich recht entspannt. Da gab es eigentlich kaum Vorgaben. Ich kann das verstehen mit der kleinen Sekunde, was du meinst. Was ich hier noch recht besonders fand, gut, dass du es angesprochen hast, ist eben diese Integration der kleinen Sekunde, farblich jetzt gesehen. Weil du hast es ja bei vielen Uhren mit Sonnenschliff Ziffernblatt, dass dann, ja, daraus irgendwie so ein Panda-Design gemacht wird oder einfach der Totalisator sich farblich abhebt. Und hier finde ich es eben recht gut gelungen, wie die kleine Sekunde, obwohl sie eben auf einer anderen Ebene ist, das heißt, die ist so ein bisschen nach unten versetzt und hat eben den Radialschliff, das heißt, dieses klassische Schallplattenmuster. Und, ja, man hat es trotzdem eben geschafft, dass je nach Blickwinkel sich die Uhr oder die kleine Sekunde super gut ins ganze Design oder in die Ziffernblattfarbgebung einfügt. Das heißt, wenn man bei normalem Licht gerade drauf guckt, fällt es eigentlich kaum auf, dass da eben ein Unterschied ist. Wenn ich aber von der Seite drauf gucke, wirkt sie deutlich dunkler und das war für mich auch noch so ein Detail, was die Uhr eben aus verschiedenen Blickwinkeln dann noch interessanter gemacht hat. Und, weil du es jetzt eben angesprochen hattest, ob ich da irgendwie aufpassen musste. Ich habe das ganz, ganz selten, dass mich Leute irgendwie auf Uhren ansprechen, so, weil, ja, die sind es irgendwie mittlerweile gewöhnt. Ja, Lukas trägt irgendwie immer mal andere Uhren und, ja, da ist eigentlich wenig dabei, was irgendwie dann mal den Leuten ins Auge fällt. Gut, jetzt vielleicht irgendwie sowas wie meine, meine Cartier Tank an einem roten Lederband, das ist dann irgendwie schon mal ein Eyecatcher, wo die sagen, ah, welcher Oma hast du denn die Uhr geklaut? Aber jetzt bei der Nomos muss ich echt sagen, dass das wirklich so ein Eyecatcher war für einige Leute, die gesagt haben, ach, die ist ja echt cool, habe ich ja so noch nicht gesehen oder beziehungsweise so bei dir auch noch nicht gesehen, gefällt mir sehr, sehr gut, sehr schöne, stilvolle Uhr. Und, klar, Geschmäcker sind verschieden, war mir relativ klar, dass das jetzt keine klassische Raffuhr ist. Da werden wir nachher sehr sicherlich, wenn wir das Vintage-Uhren-Thema einsteigen, noch ein, zwei Modelle leben. Aber für mich war das einfach ein in sich sehr, sehr schön geschlossenes Konzept. Ich finde, dieser Goldton von dem Neomatik-Schriftzug ist super komplementiert, super dieses Blau von dem Ziffernblatt. Dazu hat man dann eben diese grau-silbernen Indizes und so weiter. Also, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, könnte ich mir in meiner Sammlung vorstellen. Aber, ja, so langsam wächst die Wunschliste dann doch wieder. Und, ja. Ja, super. Das freut mich doch. Ja, ich würde sagen, Lukas, lass uns direkt in unser Thema steigen. Einen Punkt haben wir noch. Und zwar hatten wir letztes Jahr oder beziehungsweise zum Jahresende hin ist es ja immer so, dass Spotify, beziehungsweise, ja doch, Spotify ist eigentlich leider der einzige Anbieter, so Statistiken über die eigenen Hörgewohnheiten anbelangt. Dann kann man sich zum Beispiel anschauen, wie viel Musik man insgesamt gehört hat, welchen Song man am meisten gehört hat und so weiter und so fort. Und was natürlich besonders cool ist, ist da halt immer so die Insights, was auch den Podcast-Konsum anbelangt. Und da hatten wir natürlich einige Zuhörer, die da ja etwas über die Stränge geschlagen sind, wenn man das mal so sagen möchte. Und da haben wir letztes Jahr schon, also zweit, ja, nee, nicht letztes Jahr, sondern 2021 schon eine Prämie ausgelobt für denjenigen, der am meisten Zeit eben mit dem Ruhrtalk verbracht hat. Und das haben wir eben dieses Jahr auch wieder gemacht. Und ja, wir hatten uns jetzt lange überlegt, was man da irgendwie mal machen könnte. Natürlich hätte man jetzt, wie letztes Jahr auch wieder irgendwie einen Merchandise-Artikel von irgendeiner Ohrenmarke verschicken können. Das fanden wir aber relativ langweilig. Und deswegen haben wir uns so intern so ein bisschen drauf, ja, verständigt, dass wir uns da mal was Neues überlegen. Und wir haben es ja in der Vergangenheit schon immer mal gemacht, dass wir auch Hörer hier in den Podcast geholt haben. Und dementsprechend wollten wir jetzt einfach mal demjenigen, der hier Ruhrtalk wirklich am meisten gehört hat, mal die Chance geben, selber dabei zu sein und, ja, eine Folge aufzunehmen, das Thema so ein bisschen mitzubestimmen, um da dann halt eben auch, ja, vielleicht den Ruhrtalk-Konsum ein bisschen zu reduzieren. Weil wenn man bei einer Folge dabei war, dann muss man den ja nicht auch noch mal selber hören. Und dementsprechend, ja, haben wir mal jetzt ein bisschen geguckt, wer da eben am meisten Zeit hatte. Und das war wirklich krass, was da für Zahlen wieder dabei rumgekommen sind. Letztendlich hat der Falke11 gewonnen, also F.Alke11. Und, ja, melde dich ganz gerne bei uns. Wir schreiben dir sonst aber auch noch mal. Und dann freuen wir uns auf eine gemeinsame Aufnahme. Und die Zahl, wie gesagt, war wirklich schon krass. Es waren 11.631 Minuten. Und wenn man das jetzt hier mal umrechnet, sind das dann 193,55 Stunden, beziehungsweise dann noch mal in Tage umgerechnet, sind es, 8,06 Tage. Und das ist wirklich dann schon eine Zahl, wo ich sage, Hut ab, das ist echt krass. Und freut uns, freut uns sehr, dass wir, ja, dich im Alltag oder euch generell im Alltag so begleiten dürfen, dass ihr so viel Spaß mit unserem Podcast habt. Und ich hoffe, dass du dich auch über dieses Angebot freust. Kannst du sicherlich aussuchen, mit wem du das machen möchtest. Also einfach dann schreiben, ob du es lieber mit dem Raff, mit dem Chris oder mit mir machen möchtest, über was du gerne quatschen möchtest. Und dann wird es, denke ich, eine sehr, sehr coole Folge, sowohl für dich als auch eben für unsere Zuhörer, weil ich das immer spannend finde, da irgendwie mal andere Sammlerperspektiven reinzukriegen und vielleicht auch so die Story zu hören, wie man auf das Thema Uhren, auf das Thema, ja, Podcast, Uhrtalk und so weiter gekommen ist. Und, ja, Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch an alle anderen, die eben teilgenommen haben, die ihre Jahresrückblicke geteilt haben. Und, ja, werden wir nächstes Jahr sicherlich wieder machen. Und ich freue mich auf eine spannende Episode. Ja, dann können wir jetzt ungestört ins Thema starten. Und, Lukas, wir haben uns heute vorgenommen, dass wir beide über Vintage-Uhren sprechen werden. Und da direkt vorweg die Frage, was ist für dich eine Vintage-Uhre? Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Und du hattest es eingangs schon gesagt, dass das wirklich so ein bisschen, ja, der Elefant im Raum ist, wo keiner so richtig irgendwie mit umzugehen weiß. Aber irgendwie ist es halt auch irgendwie nie so wirklich ein Thema. Weil was ich an dieser ganzen Frage so spannend finde, ist halt eigentlich, man spricht immer von Vintage-Uhren. Man sagt, ah, okay, ich interessiere mich eher für Vintage-Uhren. Jeder weiß, was man meint, aber es gibt irgendwie keine einheitliche Definition. Und du hattest da jetzt eben vergangen oder Anfang der Woche mal in unserer Urtour-Community auf Telegram eine Frage angeheftet, wo es eben genau um dieses Thema ging. Was ist für euch Vintage? Und es kam halt teilweise schon sehr, sehr unterschiedliche Definitionen von dem ganzen Thema auf. Und dementsprechend haben wir uns jetzt eben in dieser Episode gesagt, okay, wir diskutieren das jetzt mal ein bisschen weiter aus, weil ich glaube, dass wir da teilweise auch unterschiedliche Auffassungen von haben, was eigentlich Vintage ist. Und ich kann das ganz, ganz schwer sagen, weil wir haben in der Urtour-Community dann eben verschiedene Sichtweisen auf das Thema bekommen. Es ging dann vor allem eben auch viel so um das Alter. Also es wurde oft an der Zahl festgemacht. Zum Beispiel hat der Luca, a.k.i. World & Watches, der auch in Hamburg im Get-Together schon zweimal dabei war, gesagt, mindestens 15 Jahre alt und nicht reproduzierbar. Und das wäre zum Beispiel eine Definition, wo ich nicht mitgehen würde, weil 15 Jahre gibt es für mich Uhren, wo man das vielleicht unterschreiben kann, aber eben gleich auch wieder nicht. Und deswegen ist das für mich nicht so ein Schwarz-Weiß-Thema, sondern eher was, was man jetzt so ein bisschen ausführlicher mal beschreiben kann. Und dieses Nicht-Reproduzierbar ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir später noch drauf eingehen werden. Das finde ich schon deutlich interessanter und schon eher ein Punkt, wo ich hingehe. Andere haben dann gesagt, mindestens 30 Jahre alt. Genau wie bei Autos war dann auch ein Punkt, wo dann gesagt wurde, 30 Jahre Oldtimer, gleich Vintage. Vintage alles vor 2000 ist Neo-Vintage. Das heißt, so 90er Jahre und so weiter und so fort ist dann eben, ja, Neo-Vintage und dann, ja, sehr, sehr viele haben eben gesagt, so 25 bis 30 Jahre alt und das ist so was, wo ich gar nicht mal unbedingt mitgehen würde. Es gab dann eben noch mal diese Unterscheidung, eben 30 Jahre alt Vintage, 20 Jahre alt Neo-Vintage und das ist was, wo ich gar nicht so unbedingt mitgehen würde, sondern für mich ist das Thema eigentlich eher so ein bisschen, passt die Uhr in die Zeit und wie würden wir auf die Uhr quasi mit einem etwas geringeren zeitlichen Abstand blicken und für mich zählt da auch viel rein, so die Perspektive, wie blicken wir in 30 Jahren auf die heutigen Uhren? Würden wir auch sagen, okay, die Uhr, die jetzt vor, also würden wir jetzt sagen, im Jahr 2053, die Uhr, die 2023 verkauft wurde, ist jetzt aus heutiger Sicht Vintage und ich glaube, dass das dann fast schon die spannendere Frage ist, die wir uns noch herstellen müssen und ich glaube, das wird sehr, sehr interessant und ich kann jetzt noch gar nicht so kurz zusammengefasst eine Vintage-Definition geben. Hast du das auch was parat oder wie definierst du das für dich? Ja, ich musste das Thema jetzt mal für die Uni so ein bisschen aufarbeiten, weil auf der Suche nach einer Definition für den Begriff Vintage-Ur ist mir schnell aufgefallen, dass es eigentlich gar keinen gibt und deswegen habe ich das Ganze so vorgenommen, dass ich die beiden Begriffe immer aufgetrennt habe in Vintage und eben in Ur so und Vintage, das bezeichnet ja irgendwo, da kennst du dich auch damit aus, im ganzen Wein-Thema eben die Lese von einem bestimmten Wein und das wird aber auch mit dem bestimmten Charakter von der Sache verbunden. Ich kann jetzt mal ganz kurz nachschauen, die Prädikate, die da gerne damit verbunden waren, sind eben Einzigartigkeit, Zeitlosigkeit, aber auch Wert und Nachhaltigkeit und folglich sind das alles Umschreibungen, die eben ja, gewisse Qualitätsmerkmale eben bei diesen Vintage-Gegenständen, Vintage-Themen beschreiben und ja, das Thema Uhr, das kennt man natürlich so und die Vintage-Uhr als solche wird dann oft so verstanden, dass es einfach eine Uhr ist, die eben, wie Lukas schon gesagt hat, nicht reproduzierbar ist, vor allem aber auch ein gewisses Alter hat und da ist eine Zahl, die man ganz oft hört, eben die 30, dass ganz viele Leute sagen, ja, wenn eine Uhr mal 30 Jahre alt ist, dann kann man davon ausgehen oder dann kann man die als Vintage bezeichnen und ich muss sagen, ja, diese ganze Thematik mit dem Alter, die ist ein bisschen schwierig, also man hört ja auch oft, dass eine Uhr Vintage ist, sobald sie eingestellt wird, sobald sie nicht mal gebaut ist, das ist von mir aus gesehen nicht zutreffend, weil ich meine, ist eine 57.11 Uhr jetzt Vintage, würde ich jetzt nicht sagen und deswegen glaube ich, bedarf das Ganze noch ein bisschen mehr Differenzierung. Ja, das ist auch ein spannendes Thema, ich habe mich dem Ganzen auch so ein bisschen über die allgemeine Definition von dem Begriff Vintage genähert und ja, es gibt da eben nicht so etwas Einheitliches, im Duden steht das Wort gar nicht und ich bin jetzt dann zum Beispiel auf einen Blog der nostalgiker.at gestoßen und was bedeutet Vintage? Das ist da eben so die allgemeine Definition. Ich lese mal kurz die Definition vor. Der englische Begriff Vintage stammt vom französischen Begriff Vendant, ab, was Jahrgang bedeutet, der wiederum auf das lateinische Vindamia, die Weinlese zurückgeht. Der Begriff bezieht sich also auf den Jahrgang des Weins. Vintage ist folglich ein Weinjahrgang. Wenn der Weinkenner also von einem Vintage-Bordeaux spricht, so meint er damit den Jahrgang des Weins, dem er damit höchste Anerkennung erteilt. In den 20er Jahren wurde der Begriff auch erstmals für Automobile angewandt. Hierbei waren jedoch besonders hochwertige und luxuriöse Oldtimer gemeint. Und das finde ich ganz spannend, dass man halt generell schon mal merkt, okay, Vintage ist vielleicht irgendwie mit so einem luxuriösen Thema konnotiert. Das heißt, ja, Autos, Wein und so weiter und so fort ist halt schon eher ein Thema, was jetzt vielleicht nicht im alltäglichen Gebrauch so vorkommt, sondern dass man da halt schon so sagt, okay, bei dem alltäglichen Wein ist mir jetzt der Jahrgang vielleicht gar nicht so wichtig, aber wenn ich mir jetzt sage, okay, zu einem Festessen an Weihnachten oder so, da möchte ich irgendwie schon einen gereiften Bordeaux oder sowas haben, ist das irgendwie schon ganz cool. und das unterstreicht ja auch so eine gewisse Nachhaltigkeit, so eine, ja, über die Zeit andauernde Qualität, das einfach etwas, das Potenzial hat, länger zu reifen, jetzt im Falle von einem Wein oder vielleicht auch einfach die Qualität länger erhalten bleibt. Ich habe nochmal geschaut, was eben die Definition bei Wikipedia ist und da geht es eben viel um diese Vintage-Stilrichtung und das lese ich auch gerade mal kurz vor. Vintage ist eine Stilrichtung in Mode und Design, die bei älteren, meist gebrauchten Kleidungsstücken, Möbel, Musikinstrumenten, Schmuck, Accessoire, Bilder, Flugzeugen oder anderen Gebrauchsgegenständen wiederverwendet oder nachgeahmt werden. Vintage-Objekte werden häufig auf Flohmärkten, in Secondhand-Läden oder Online-Shops vermarktet. Sie können auf Auktionen zum Teil höhere Preise erzielen. Noch älter als Vintage-Objekte sind Antiquitäten. Das heißt, hier wird jetzt auch gar nicht komplett gesagt, okay, das kann man jetzt zeitlich so abgrenzen, sondern es geht vielmehr um eben diesen Charakter, wie man eben gesagt hat, das sind halt hochwertige Gegenstände, die eben die Zeit überdauert haben und für mich ist es eben gar nicht so verkehrt, das Ganze so ein bisschen über den Stil zu erarbeiten und ich finde, dass man das ganz gut unterteilen kann in so dieses ganze Thema ist die Uhr so stilistisch, ist die Uhr von der Qualität, von der Verarbeitung, vom Produktionsprozess wirklich signifikant anders zu dem, was wir heute machen und eine ganz spannende Frage bei diesem ganzen Thema finde ich eigentlich oder ein ganz spannendes Beispiel bei diesem ganzen Thema ist für mich da eben meine IWC 3706, das Modell wurde erstmals vorgestellt im Jahre 1994, das heißt, nach dieser 30-Jahre-Regel ist es bald eine Vintage-Uhr und da würde ich nur bedingt mitgehen. Gut, mein Exemplar ist jetzt aus 2001, also jetzt 22 Jahre alt bald und es ist für mich keine Vintage-Uhr und es wird für mich wahrscheinlich auch keine Vintage-Uhr werden, einfach weil ich sage, okay, die Uhr, die könnte so genau heute mehr oder weniger noch gebaut werden, das heißt, wenn ich mir jetzt moderne Fliegeruhren angucke, jetzt gar nicht mal unbedingt nur von IWC selber, sondern einfach schaue, okay, was zeichnet eine moderne Fliegeruhr aus, was kann die qualitativ, wie ist die verarbeitet, sehe ich da keinen signifikanten Unterschied. Man hat ein massiv gearbeitetes Stahlgehäuse, man hat ein ETA 7750-Werk, was heute noch genauso verbaut wird, man hat ein bedrucktes Ziffernbett ohne große Raffinessen, man hat Super-Luminova-Zeiger, man hat also polierte, mit Super-Luminova belegte Zeiger und das sind halt alles Zeichen einer Uhr, die so sehr, sehr zeitlos ist, die so vielleicht auch die Zeiten überdauert, aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, okay, das ist jetzt charakteristisch für eine bestimmte Zeitperiode, das heißt, die Uhr hätte genauso 2010 vorgestellt worden sein können, die hätte jetzt aber auch genauso 2020 so vorgestellt sein können und dementsprechend ist das was, wo ich sage, es ist für mich kein Vintage, es wird für mich vielleicht auch kein Vintage sein. Eine kleine Unterscheidung ist da vielleicht noch eben die Modelle, die vor 2000 gebaut wurden und dementsprechend mit Super-Luminova belegt sind, da hat man dann eben eine individuelle Patina dann teilweise auch drauf, das Ganze ist dann eben viel in dieser Kategorie, was der Luca eben meinte mit nicht reproduzierbar. Ein kleiner Unterschied sind da für mich eben die Modelle, die vor 2000 produziert wurden, die sind eben noch mit Ritiumblättern ausgestattet und das ist natürlich was, was wir heute so machen könnten, aber natürlich nicht mehr machen und das spielt dann viel auch in diesen Punkt der Reproduzierbarkeit rein, den Luca angeschnitten hatte, weil die Uhren haben in den meisten Fällen eine sehr, sehr individuelle Patina, die einen sind halt dunkelbraun, die anderen sind nur so leicht bräunlich, die anderen sind so Eierschalenfarben und dementsprechend ist das schon was, wo ich sage, okay, das geht schon eher in die Richtung, das heißt so ein bisschen über den Charakter der Uhr, über die Materialien kann man das glaube ich noch gut heranführen, ob die sich mit der Zeit verändern, wie beständig die vielleicht auch sind, weil wenn man jetzt eine heutige Uhr betrachtet, irgendwie, ja, ich wollte das Beispiel eigentlich nicht so früh von Anfang an nehmen, aber ich sage mal, wenn ich jetzt mal eine 2023er Submariner nehme, massives Stahlgehäuse, Keramiklionette und so weiter und so fort, natürlich wird die Uhr weiter angepasst werden, aber ich glaube nicht, dass wir an diesen Punkt kommen oder wieder an diesen Punkt kommen, wo das wirklich Uhren sind, die sich mit der Zeit verändern, natürlich bekommen die Kratzer und so weiter und so fort, aber ich glaube, dass jetzt irgendwie Partina ansetzen, ist bei solchen Uhren eigentlich nahezu ausgeschlossen, es sei denn, man fügt es jetzt irgendwie mutwillig herbei durch einen Wasserschal oder so weiter, dass dann das Ziffernblatt sich irgendwie verfärbt oder so, aber ich glaube halt, dass die heutigen Uhren schon so gebaut sind, dass sie sehr, sehr lange anhalten, und dementsprechend ist das, glaube ich, auch so ein Thema, wo wir nachher nochmal drüber sprechen können, gibt es zukünftig überhaupt noch Vintage-Uhren oder ist dieses ganze Vintage-Segment, diese Vintage-Epoche eigentlich schon so ein bisschen abgeschlossen? Ja, das ist ein interessanter Ansatz, den du bereits gewählt hast, nochmal zurückzukommen zu deiner IWC, also für mich ist die ganz klar ins Thema Neo-Vintage einzuordnen und ich mache für mich da eine sehr, sehr fluide Grenze, würde ich mal sagen, ich kann das immer gleich definieren, wenn du mir eine Uhre in die Hand gibst, dann kann ich die sofort einteilen zwischen Vintage, Neo-Vintage und Modern und ja, also bei deiner IWC kann ich jetzt nicht auf die Idee sagen, dass es eine Vintage-Uhr ist, weil die hat natürlich moderne Charakterzüge, aber im gleichen Moment weiß man halt, dass es auch keine Uhren von heute ist und deswegen ist dieser Neo-Vintage-Bereich gerade interessant, weil er so ein bisschen das Beste aus beiden Welten ist, also du hast die Uhren in den meist klassischen Proportionen, du hast schon die Qualität von heute, natürlich nicht im vollen Umfang, du hast nicht solche Spielereien wie Schnellwechselsysteme bei den meisten Uhren, du hast vielleicht auch nicht die Wasserdichtigkeit, die du jetzt bei neuen, modernen Uhren finden wirst, aber dennoch hast du schon ja, moderne, verschraubte Cases im Normalfall, natürlich nicht bei allen Uhren, du hast ein Saphir-Glas, in den meisten Fällen und du kannst so gesehen eben eine Uhr tragen, die schon ein gewisses Alter hat, aber die jetzt dennoch nicht extrem zerbrechlich ist oder extrem filigran. Wenn wir dann in den Winter-Bereich weitergehen, dann ist es ja so, dass du, ja, wenn du deine Uhr hast, das sind 20er, 30er, 40er, 50er, dann siehst du das der Uhr an, eben einfach dieser Stilumbruch, der damals in den 70er Jahren angefangen hat, der war da noch nicht vertreten und die Uhren sind alle Sand, ja, einfach filigraner, alle Sand relativ ähnlich, das ist jetzt natürlich eine krasse Pauschalisierung, aber ich beziehe mich jetzt auf dieses typische, ja, 31,5 bis 36 Millimeter Gehäuse mit dem Dome, Plexiglas drauf, eben diesen gespannten, nicht geschraubten Rückdeckel bei der Uhr und die lassen sich dann aber auch ganz klar das Winter scheinen und meiner Meinung nach. Ja, das heißt, also ich glaube, es gibt da schon irgendwo doch so ein bisschen Schwarz-Weiß, also natürlich kann man jetzt sagen, okay, eine Daytona aus 2010 ist kein Vintage, aber eine Dresswatch oder sowas aus den 50er Jahren ist ganz, ganz klar Vintage. Warum das dann Vintage ist, ist dann halt so die nächste Frage. Ich glaube halt einfach, dass es einen so ein bisschen an vergangene Zeiten auch erinnert, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so eine 32 bis 34 Millimeter Dresswatch aus den 50er Jahren anlege, ich finde, dann fühlt man sich immer so ein bisschen teleportiert in diese Zeit beziehungsweise man denkt so ein bisschen drüber nach, okay, wer hat die in der Zeit gekauft, was war das für eine Person, was hat die vielleicht auch getragen, weil ich sage mal, vom ganzen Kleidungsstil her war das damals ja noch viel, viel formeller. Das heißt, da war es halt einfach normal, dass man, wenn man irgendwie in die Stadt gegangen ist oder wenn man irgendwie rausgegangen ist, dass man halt irgendwie einen Anzug getragen hat mit Hemd und Krawatte. Das ist ja heute eher die Ausnahme, gerade auch dann im Berufsfeld wird das ja auch immer mehr Casual und man trägt vielleicht irgendwie nur noch ein Hemd mit einem Pullover oder vielleicht ein Hemd mit einem Sakko und einer Jeans und ich glaube, das kann man dann so ein bisschen, dass das so ein bisschen Hand in Hand geht, der Stil der Uhr, gleichzeitig aber eben auch der Kleidungsstil, dass das doch schon recht eng zusammenkommt, weil sich, ja, die Uhren, sage ich mal, denke ich, tendenziell eher dem Kleidungsstil der Zeit angepasst haben, als es jetzt irgendwie andersrum der Fall war. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Uhren damals schon so eine Marktmacht hatten, dass man eben gesagt hat, okay, wir bauen jetzt die Uhren und die Kleidungsstil, muss dann halt sich dem anpassen. Das kam dann vielleicht dann später, wo man dann gesagt hat, okay, wir bauen jetzt halt eben größere Stahl-Sportuhren mit integrierten Armbändern oder so, dass man dann gesagt hat, okay, das ist vielleicht jetzt irgendwie nichts, was man zum Anzug trägt oder man hat es dann halt eben zum Anzug getragen, so als bewusster Gegensatz, bewusst, um eben zu polarisieren. Aber ich glaube, dass da Kleidung und die Uhr an sich schon Hand in Hand gehen und dass man natürlich ganz klassische Beispiele eben für Vintage-Wund finden kann, wohingegen das bei manchen Modellen eher dann schon ein bisschen schwieriger wird. Ja, man muss dazu sagen, es gibt ja noch genügend Marken, die eben diesen klassischen Vintage-Stil auch heute noch verkörpern und eine Marke, die mir da sofort in den Sinn kommt, ist Junghans, die ja mit der Max Bill eigentlich immer noch eine relativ ähnliche Konstruktion fahren, wie sie auch in den 50er-Jahren verwendet wurde. Das ist ein interessantes Beispiel. Wir hatten ja im Voraus gesagt, dass wir uns mal so ein paar Uhren überlegen, über die man dann so ein bisschen diskutieren kann, inwiefern das Vintage ist, inwiefern man da irgendwie auch nochmal sagen kann, ob das irgendwann Vintage wird, weil ich glaube, diese Zukunftsperspektive ist wahnsinnig spannend. Und die Junghans ist für mich so ein bisschen ja ähnlich zu betrachten. Er ist jetzt natürlich jetzt ein hochgegriffener Vergleich, aber wie jetzt zum Beispiel so ikonische Modelle wie eine Submariner oder eine Daytona oder so weiter und so fort, weil man da halt einfach sagt, okay, das ist eine Ikone, ein Designklassiker, der über Jahrzehnte weiterentwickelt wurde und halt immer an die neuesten Fertigungsstandards und so weiter angepasst wurde. Das heißt, man hat da halt jetzt eben ja ein robusteres Uhrwerk als eben vielleicht noch damals vor der Zeit. Man hat aber gleichzeitig das Ganze kombiniert eben mit den charakteristischen Merkmalen, wie jetzt eben einem gewölbten Plexiglas. Ich glaube, man hat aber trotzdem eben auch ein gewölbtes Saphirglas zur Auswahl. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Die Uhr ist wahrscheinlich in der Größe dann in den verschiedenen Varianten ein bisschen größer geworden. Gibt natürlich dann halt aber auch immer noch die Uhrvarianten. Und das finde ich wahnsinnig spannend und es, keine Ahnung, ich hoffe, dass wir in 30 Jahren immer noch Uhrtalk machen und dass wir in 30 Jahren dann hier sitzen und das Thema nochmal besprechen, weil mich sehr, sehr interessieren wird, wie man eben in Zukunft auf heutige Uhren blicken wird. Und ich glaube, dass sich sehr, sehr viele Leute sagen, ach okay, mein Geschmack hat sich doch weiterentwickelt. Ich mag nicht mehr das, was ich damals mochte. Ich glaube, das ist aber ganz normal, das ist bei allem so. Aber ich, meine Vorstellungskraft reicht aktuell nicht aus, um diesen Prozess bei manchen Uhren noch weiter zu sehen. Weil, wenn ich mir jetzt eine Submariner angucke, okay, keine Ahnung, 1953 vorgestellt, das ist einfach eine Uhr, die hat sich dann im Jahre, im Laufe der Zeit den technischen Standards immer weiter angepasst. Es gab dann immer Weiterentwicklungen und so weiter und so fort. Aber es gibt halt gleichzeitig auch charakteristische Merkmale, die immer gleich geblieben sind. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Edelstahlgehäuse oder dann ein Goldgehäuse. Und deswegen fällt es mir schwer, irgendwie mir vorzustellen, dass Rolex irgendwann sagt, okay, die Submariner gibt es nur noch in Keramik oder in einem anderen Modell, was dann irgendwie State of the Art ist. Und, äh, Material, Entschuldigung. Und deswegen, das finde ich echt spannend, weil natürlich, keine Ahnung, früher gab es dann Radiumleuchtmasse, dann irgendwann Tritium, Superluminova und so weiter und so fort. Es gab dann anfangs irgendwie vielleicht Backelit-Lünetten, dann gab es dann Alu-Lünetten, jetzt gibt es Ceramik. Das heißt, das hat alles so seinen Prozess durchlebt. Aber, weiß nicht, kannst du dir vorstellen, wie das noch weitergeht? Weil für mich ist jetzt irgendwie so eine Uhr, wie das hat man ja eigentlich mittlerweile so ein perfektioniertes, bei Industrieprodukt kann man ja fast schon sagen, was halt so auch vor allem sehr, sehr reproduzierbar ist, da sind wir wieder bei dem Punkt von Luca, dass ich mir irgendwie schwer vorstellen kann, dass das so weiterentwickelt wird, dass man sagt, okay, die Uhr, die da 2000, wann wurde sie neu vorgestellt, 2021 oder so, das ist jetzt eben die Vintage-Submariner-Referenz 1240-60 oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Na ja, das kann schon sein, aber ich sehe da halt ein ganz grundlegendes Problem, wobei Problem ist es ja so gesehen nicht, aber ein Aspekt, der das Ganze natürlich schon irgendwo trübt, vor allem in meinen Augen, ist die Tatsache, dass die Uhr einfach auch durch die besser gewordenen Materialien sich nicht mehr verändern. Und ich meine, die müssen jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, sich komplett von schwarz auf weiß ändern, aber ich meine, wenn du dir heute mal alte 16700 GMT-Masters ansiehst oder so, da fällt dir auf, dass die alle unterschiedlich aussehen. Klar, manchmal sind das Nuancen, aber wenn du jetzt nicht unbedingt zwei Stück hast, die am selben Tag verkauft und dieselbe, also genau gleich gelagert wurden, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Uhr sich unterscheiden. Und ich finde, dass das heute dann nicht mehr der Fall ist. Ich meine, ich bin oft vor so einem Schaufenster gestanden, wo dann 10 moderne Keramik-Subs drin sind. Ich meine, das ist immer Copy-Paste, immer dieselbe Uhr. Vielleicht hat einer einen einen Kratzer mehr, einen einen Kratzer weniger. Und das ist halt der Aspekt, der wahrscheinlich dieses Vintage-Thema zeitig wirklich abgrenzen wird. Dass man sagt, das ist die Periode Vintage und danach gab es das nicht mehr. Danach gibt es halt alte Uhren, die halt, keine Ahnung, 10, 20 Jahre auf dem Buckel haben. Aber dass man sagt, dass gerade dieses Neo-Vintage der Abschluss dieser Vintage-Welt ist. Und dass man so gesehen sagen kann, du, die ersten 100 Jahre der Armband-Uhr, da waren noch Vintage-Showen dabei, aber das, was danach kam, das sind dann so gesehen wahrscheinlich keine Vintage-Showen mehr. Weil wie gesagt, du hast halt damals noch Aspekte gehabt, die du heute nicht machst. Du hast viel, viel mehr Handarbeit gehabt bei den Uhren. Kleinere Stückzahlen, dementsprechend natürlich auch durch die Handarbeit nicht einen solchen Perfektionismus, wie du ihn heute vorfindest. Und das hat den Uhren halt auch irgendwo ein bisschen Einzigartigkeit gegeben. Weil Assept, wenn du dir heute mal die Uhren ansiehst, dann sind das halt immer Copy-Paste, 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 Copy-Paste. Und deswegen komme ich auch zu meiner Aussage, dass ich einfach persönlich neue Uhren kalt und tot finde. Darum soll es jetzt heute nicht gehen. Aber das ist halt der Punkt. Also es fehlt der Punkt, dass sich Uhren irgendwo auch entwickeln können. Und ich spreche jetzt nicht vom Wert, aber ich meine, wenn du jetzt nicht unbedingt einen Feuchtigkeitsschaden hast, dann werden die Uhren Stand jetzt wohl so bleiben, wie sie heute aussehen. Ja, und ich glaube, ich würde die Episode nachher gerne mit einer halbwegs formulierbaren Definition abschließen. Aber ich glaube, auf diesen Punkt der Reproduzierbarkeit als Kriterium Vintage oder nicht, können wir auf jeden Fall uns schon mal einigen. Weil ich glaube, du kannst halt in 50 Jahren dich hinstellen und eine Submarine aus 2023 genauso nachbauen, wie du sie eben jetzt heute bauen kannst. Weil du musst halt die CNC-Fräse so programmieren, dass sie eben dir das Stahlband, das Gehäuse und so weiter fräst und die Uhrwerksteile und so weiter und so fort. Und ansonsten ist das ja schon was, ja, wo wenig Varianz beziehungsweise die Toleranzen wurden halt so weit ausgemerzt, dass man halt eben sagt, okay, die Uhr, ich kann da jetzt eben nicht zwei, oder ich kann da halt zwei nebeneinander legen und die ähneln sich aufs Haar. Vielleicht hat man in der einen Lünette irgendwie mal ein bisschen mehr Spiel als in der anderen. Aber grundsätzlich ist das schon ein sehr, sehr identisches Produkt und das hat man halt eben nicht bei eben diesen älteren Uhren. Materialien haben sich weiterentwickelt und so weiter und so fort. Ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr wesentlicher Punkt und dieses ganze Thema Neo-Vintage ist da echt spannend und das ist auch ein Thema, was ich echt, echt, ja, zunehmend interessant für mich finde und ich glaube, dass es aber auch da wieder nicht schwarz und weiß gibt. Also für mich ist nach wie vor, würde ich sagen, dass meine IWC gar nicht mehr unbedingt auch in diese Neo-Vintage-Kategorie reinfällt, weil wir sind halt in unserem Uhren-Bubble doch schon recht eingeengt von der Perspektive her und wenn ich jetzt irgendwie meinen Freunden die Uhr zeigen würde, die wenigsten davon würden auf die Idee kommen zu sagen, okay, die ist aber schon ein bisschen älter. So und das ist eben für mich genau der Punkt, so ist es für jedermann vielleicht auch erkennbar, dass die Uhr schon älter ist und wenn halt die Leute einfach sagen, okay, das ist eine super, super zeitlose Uhr, die könnte genauso heute im Laden geliegen, finde ich das irgendwie schon interessant zu sagen, das ist vielleicht doch nicht Neo-Vintage, wo hingegen es natürlich wieder Beispiele gibt, wo man sagt, okay, das ist vielleicht schon ein signifikanterer Unterschied, wo das Design vielleicht ein bisschen schlechter gealtert ist, wenn man es mal so sagen möchte. Gerade wenn man sich irgendwie so 90er Jahre Breitling anschaut und so weiter, irgendwie Chronomat oder sowas, da sieht man halt einfach schon, okay, das ist ein Design, das hatte seine Zeit, kommt jetzt wieder so ein bisschen wieder, aber natürlich in einer anderen Ausprägung und das ist halt schon eher so sehr, sehr zeitspezifisch für die 90er Jahre, frühen 2000er Jahre, vielleicht später 80er noch und dementsprechend glaube ich schon, dass man da dann auch nochmal unterscheiden kann und das immer von Uhr zu Uhr variiert, ob das jetzt Vintage, Neo-Vintage oder vielleicht noch eher eine moderne Uhr ist. Ja, da kann ich dir von ganz zustimmen. Hast du noch so Beispiele, wo du sagst, okay, das ist vielleicht, ja, ein Streitpunkt? Was mir auffällt, eben dieser ganze Wandel, ist, wenn man sich mal meine persönliche Lieblingsuhr anzieht, die Cartier Donk, es wurden ja weniger als 25.000 Uhren in den ersten 50 Jahren der Cartier Donk gebaut, also ich meine jetzt generell Uhren von Cartier, Standuhren, andere Armbanduhren, Schmuckuhren und so, und die Donk macht davon nur einen kleinen Teil aus, ich bin mir gerade nicht 100% sicher, aber ich glaube, es sind unter 5000 Donks, die in diesen 50 Jahren gebaut wurden, das muss man sich mal vor Augen führen. Es gab Jahre, da wurden nur drei Stück gebaut und wenn man sich diese Vintage-Tonks mal ansieht, dann fällt auf, vor allem im Vergleich eben mit diesen, mit diesen, ja, ab 1973 gebauten Louis-Modellen, also eben diesen Le Master Cartier-Modellen und ich meine jetzt nicht die Vermeils, sondern eben auch die Vollgold-Modelle, dass es da auch so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, Angleichung gab, also zuvor waren die alle ein bisschen eigen, vor allem, weil die ja auch in Handarbeit gebaut wurden und jetzt bei der Donk vielleicht nicht, aber bei der Donk Sondré, also bei der Donk nicht, aber bei der Donk Sondré war es ja so, dass die wirklich ganz oft made to order waren, also dass jemand in den Workshop in London gegangen und meinte, hey, ich hätte gerne eine Donk Sondré und die haben dann eine gebaut und da ist es dann echt so, dass teilweise die Schrauben von einer Uhr nicht mal in die Gewinde der anderen Uhr reinpassen, einfach weil die alle so voll von Handarbeit waren und eben komplett von Hand gefertigt wurden und danach hat man einfach gemerkt, dass es, ja, eine gewisse Demokratisierung gegeben hat. Ich meine, die haben zwei Jahre nach Einführung der Santos, Carré damals, schon einen guten sechsstelligen Betrag von Uhren gebaut, also von diesen Santos-Carré-Modellen und ich finde, da wurde das Ganze einfach dann nochmal viel, viel verbreiteter, die Globalisierung hat da ihren Rest getan und demnach ist das auch eine gute Uhr, wo man einfach nochmal das Ganze sieht und wenn man es jetzt mit der modernen Uhr vergleicht, ich hatte diese Erfahrung in Genf damals bei Sotheby's, da habe ich mir eine 1950er Sondré angeschaut, die von der Konfiguration gleich aussieht wie die 2021er 150-year oder 100-year anniversary Sondré und ich muss sagen, natürlich, die neue, die ist halt neu und frisch und unbenutzt, aber die alte war dann bis zum Schluss doch charmanter, das ist sehr subjektiv, ich weiß, aber du hast bei der alten so ein bisschen Sparks drauf und so ein bisschen vielleicht Staub und die eine oder andere Macke, ein paar Kratzer, aber das passt halt auch, weil die Uhr ist halt nicht modern, das ist keine Hightech-moderne, neue Uhr, wie man sie heute zeichnen würde und deswegen ist das für mich auch nochmal ein Unterschied, wo ich einfach sage, dass die OGs von damals eben die Originale unerreicht sind. Ja, ich überlege gerade, was man da noch so ein bisschen anfühlen könnte, aber es ist ein super interessantes Thema, ich glaube, das müssen wir auch nochmal in die Uhrtoch-Community-Gruppe mit ein bisschen reinnehmen, also schreibt da gerne mal irgendwie rein, was euch da gefällt oder wie ihr das ganze Thema seht. Wie wollen wir nochmal so dieses ganze Thema Retro, Vintage, Neuauflagen und sowas aufgreifen? Wie stehst du dazu? Du, das können wir gerne machen, schau, ich habe es schon manchmal gesagt und ich sage es auch gerne nochmal, ich sehe darin einfach einen Mangel an Kreativität. Wenn man sich mal die Urnen anzieht, die heute vorgestellt werden, dann ist es natürlich super einfach zu sagen, ja, wir machen jetzt Vintage Free Issue, wir nehmen ein bereits bestehendes Design, machen das ein bisschen moderner, im besten Fall lassen wir es sowieso, so wie es war und klatschen den Glasboden drauf oder so und ja, okay, dann kann man halt nochmal Geld abgreifen, aber ich sage mal so, die Neo-Vintage-Uhren, also die steigenden Preise von eben diesen Vintage-Uhren von bestimmten Herstellern haben dafür gesorgt, dass die neu aufgelegt wurden und nicht umgekehrt und das ist eben das Kritische. Wenn die die neu aufgelegt hätten und dann steigen die Preise, okay, ja, aber das ist halt meiner Meinung nach einfach nur ein Cash-Grab und da wird keine Ahnung einfach nicht nach vorne geschaut und ich sehe es ja, gewissermaßen kritisch und gerade bei Ikonen finde ich, dass man die einfach ja rumlassen sollte. Ich meine, wie es Chopin gemacht hat, ist es ja in Ordnung. Die haben die Sankt Moritz und die haben jetzt gesagt, okay, schau, wir machen die Uhr neu. Die wird natürlich modernisiert, leider hat sie dadurch sehr, sehr viele Design-Facetten verloren, aber das ist eben diesem, ja, Minimalismus geschuldet, den wir jetzt gerade so ein bisschen haben und heißen die Uhr dann auch anders, das hat allerdings markenrechtliche Gründe und ja, dann passt das auch so, weil ich schaue, ganz viele Leute wissen nicht, dass die Sankt Moritz jemals existiert hat, aber wie es jetzt andere Marken, wie beispielsweise Vacheron macht, einfach die 2-2-2 komplett gleich nochmal auflegen, nur ein anderes Werk rein, das Datumsfenster verunstalten und den Glasboden drauf. Ja, und dann wird das irgendwie damit gerechtfertigt, dass jetzt der Minute-Track auf dem Ziffernblatt vollständig ist. Ich meine, ja, come on, ist, ja, ich weiß ja nicht. Bin ich bei dir, ja. Ich weiß ja nicht. Ich meine, finde ich ein spannendes Thema, ja. Ja. Also ich sag mal, es ist halt, ist halt cool zu sehen, wenn du so, sag ich mal, eine Uhr hast, die jetzt seit Jahrzehnten produziert wird und einfach weiter verändert wird, weil dann gibt es ja dieses Thema der Neuauflage einfach nicht, sondern es ist halt einfach ein kontinuierliches Modell, eine kontinuierliche Produktreihe, die so einfach weiterentwickelt wird. Es gibt natürlich gewisse Modelle mit Vintage-Anleihen, wie ich jetzt zum Beispiel meine Blackp-58 einordnen würde, die sich da ja auf die 79-24 von Tudor aus 1958 aufstützt, die da eben gewisse Design-Anleihen hat. Aber nichtsdestotrotz finde ich es halt cool, wenn du halt ein Modell hast, was halt eben sich auf die Historie stützt, da gewisse Anleihen hat, aber gleichzeitig eben eine eigenständige Uhr ist und mit Merkmalen aus der Gegenwart kombiniert. Das heißt, die Snowflake Hands ist ja was, was die damalige Uhr noch nicht hatte, was eben erst später bei Tudor kam. Man hat eine moderne Verarbeitungsqualität, man hat eben die Krone, die so in der Form damals auch noch nicht war, das heißt, man hatte damals eine deutlich gröbere Krone und dementsprechend, das sehe ich nochmal ein bisschen anders, da würde ich nicht sagen, das ist ein Mangel an Kreativität, aber anders sehe ich das halt schon bei Uhren, die halt eins zu eins kopiert werden und da verstehe ich auch immer nicht so ganz den Sinn, weil wenn ich eine Uhr haben will, die so aussieht wie das Original, dann mache ich mich halt auf die Suche nach dem Original und da ist es jetzt nicht so meine Markenstrategie, die ich wählen würde, aber gleichzeitig ist es halt auch immer so ein bisschen das Problem, dass die Leute halt sagen, ja, ich möchte das Modell zurückhaben, ich möchte das Modell zurückhaben, weil man vielleicht irgendwie die Vintage-Variante nicht bekommen kann. Im Zweifelsfall enttäuscht du eigentlich mit solchen Neuauflagen ja meistens nur Leute, weil das sind ja eben genau diese Merkmale, wie du eben meintest, dann kommt ein Glasboden dazu, dann wird die Uhr größer, dann ist vielleicht irgendwie ein anderes Detail nicht so cool wie beim Original und wenn die Leute sich halt an ein Design gewöhnt haben und eine Uhr erstmal mögen, ist es halt super, super schwierig, da irgendwie den Erwartungen gerecht zu werden und deswegen glaube ich, dass es der bessere Weg ist zu sagen, okay, wir haben jetzt eben eine Uhr mit Vintage-Unline und man sagt, ja, es geht in die Richtung, man hat gewisse Design-Merkmale, aber es ist nach wie vor eine moderne Uhr, die sich eben eins zu eins davon unterscheiden lässt und eben keine Neuauflage ist und das ist eben jetzt hier nochmal auf diese Definition von der Nostalgeca.at zurückzukommen, auch eben die Definition, was hier eben Retro anbelangt, also der Begriff Retro oder auch Retroperspektive genannt, ist ein Rückblick in die Vergangenheit, einfach erklärt, sind dies also Dinge, die sich auf den Stil der ursprünglichen Epoche beziehen, das Produkt ist somit neu und auch das Design kann durchaus ein neues sein, es bedient sich jedoch der Stilrichtung vergangener Tage, das ist eher eigentlich mein Ansatz, den ich da wählen würde, den ich auch cool finde, es ist natürlich nicht das Gleiche, aber eher so als komplett neu das Gleiche nochmal machen. So, ich glaube, wir haben jetzt schon recht ausführlich die verschiedenen Seiten von Vintage und ja, einige Beispiele diskutiert, ich würde mal schauen, dass wir jetzt mal so ein bisschen in die Farbe übergehen, wo wir schauen, ja, eben so eine Definition für uns aufzustellen und ich glaube, auf den Punkt, auf den wir uns auf jeden Fall schon mal einigen können, ist diese Reproduzierbarkeit, dass eben eine Uhr in der Form heute nicht nochmal gemacht werden könnte und damit meinen wir natürlich nicht nur jetzt irgendwelche Emaille-Arbeiten oder so, die halt so einfach generell kein zweites Mal gemacht werden können, sondern vielleicht einfach auch ja, eine Uhr, die sich mit der Zeit verändert hat und wo eben nur dieser zeitliche Prozess die Uhr so einherzigartig gemacht hat und weniger eben die einzigartigen Fertigungsmethoden, die dabei angewendet wurden. Ist das ein Punkt, wo du mitgehst? Ja, da würde ich dir schon zustimmen. Und alterstechnisch? Ja, alterstechnisch ist so eine Frage, also ich komme eigentlich klar damit mit diesen, also eigentlich will ich mich gar nicht festlegen auf gewisse Alterszahlen, so, um das mal so zu sagen. Das ist eine Gefühlssache, Lukas, ich sage es jetzt so, wie es ist, also wenn eine Uhr, ja, wie gesagt, wenn ich eine Uhr anfasse, dann kann ich dir sofort sagen, ob die jetzt für mich Neo-Vintage ist oder eben Vintage oder Neu beziehungsweise Modern und das hängt halt auch oft mit dem Design zusammen. Und deswegen, ja, das war es für mich so. Also ich merke, du wärst auch guter Jurist geworden, es kommt drauf an. Ja, das habe ich fast jemanden. Das sehe ich aber tatsächlich recht ähnlich. Es kommt tatsächlich wirklich drauf an. Also, ich glaube, meine IWC ist ein ganz gutes Beispiel, dass es eben kein schwarz-weiß ist. Man kann halt bei den Modellen vor 2000 durchaus argumentieren, das ist Neo-Vintage. Bei meiner Uhr würde ich schon eher sagen, es ist eine moderne Uhr, weil, man sieht sich jetzt so vom ganzen Design her und so weiter, bleibt es halt eine Fliegeruhr und da wird sich jetzt auch an der Uhr selbst so patina-technisch wahrscheinlich nicht viel geben. Und es ist wirklich eine Gefühlssache und es ist wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Phänomen, was ich finde oder wie ich finde, weil so jeder weiß, was gemeint ist, aber es gibt eben irgendwie schwierig eine Definition, auf die man sich festlegen kann. Meine abschließende Definition wäre so ein bisschen, okay, das ist eine Uhr, die in der Form nicht reproduzierbar ist. Das ist eine Uhr, die sich mit der Zeit irgendwie verändert hat und die eben sehr charakteristisch für ihre Zeit war. Also wo man ganz klar sagen kann, okay, die kommt aus der Zeit, das heißt, es passt so stilistisch zur Mode, zu den Autos der Zeit, also keine Ahnung, jetzt wo man jetzt mal sagt, so ein ganz klassisches Design sind vielleicht irgendwie diese TV-shaped Cases oder diese etwas dickeren, genau diese 70er Jahre, was man heute eigentlich gar nicht beschließt hat. Oder vielleicht so ein bisschen so ein bisschen prolliger, so ein bisschen auffälliger für die 80er Jahre, wo man dann eben so Bikolor-Uhren einordnen möchte, vielleicht auch so ein bisschen Ebeluhren und so weiter, wo man sagt, okay, das passt so zu diesem 80er Jahre Tennis-Schick, zu diesem bisschen, zu diesem New-Money-Klischee, wie man es vielleicht auch so ein bisschen nennen kann. Wohingegen das wahrscheinlich eher so ein Thema ist, was man in 10, 20 Jahren definiert, oder diskutieren muss, dass es halt andere Uhren gibt, die so mehr oder weniger in jeder Zeit hätten produziert werden können. Das heißt, ein gewisses Alter ist Voraussetzung, eine gewisse Charakteristik für die Zeit oder eine gewisse Stilrichtung, die eben charakteristisch für eine gewisse Zeit war, ist für mich entscheidend und gleichzeitig halt aber eben auch die klare Unterscheidbarkeit von modernen Uhren. Da würde ich dazwischen und vor allem auch eben dieser emotionale Part. Also ich glaube, der Vorbesitzer macht die Vintage-Schule auch irgendwo aus. Nicht immer, aber gewissermaßen. Ja, das ist ein entscheidender Punkt, glaube ich, auch, weil man kennt den Vorbesitzer in den meisten Fällen natürlich ja nicht. Aber er existiert, im Normalfall, so wenn die Uwe Brau sparen hat. Man hatte natürlich schon mal irgendwie so Geschichten, da habe ich dann irgendwie mal irgendwie mal eine Santos für jemanden abgeholt und habe die dann vom Erstbesitzer gekauft und der hat mir dann eben erzählt, wie er die dann irgendwie in München auf der Maximilianstraße in den 80ern gekauft hat und war einfach total emotional aufgeladen und hat dann gesagt, ja, okay, ich bin jetzt in einem gewissen Alter, das Geld möchte ich lieber irgendwie mit meiner Frau noch in eine schöne Reise investieren und habe dann irgendwie Spaß dran, wenn jemand anderes sich eben daran erfreut. Und das ist dann irgendwie schon cool, wenn man die dann auch kennenlernt, aber bei mir zum Beispiel ist es ja auch so, man hat dann eben Vintage-Uhr, die man für 20 Euro auf Ebay gekauft hat und man total anonym, man weiß nicht, von wem man die gekauft hat, man weiß nicht, wo die Uhr herstammte und das ist dann irgendwie auch nochmal so ein besonderer Reiz, weil es irgendwie so die Fantasie anregt und ich weiß nicht, ob man auf heutige Uhren so zurückschaut, weil teilweise merkt man ja schon oder kann man ja schon sagen, wenn man gewisse Uhren kauft, die waren in ihrer Zeit vielleicht auch schon so ein gewissermaßen polarisierendes Piece. Also wer sich jetzt irgendwie in den 70er Jahren Royal Oak gekauft hat oder sowas, der war ja schon ein bisschen extravagant unterwegs oder genauso, wer sich jetzt irgendwie in den 60er Jahren das Submariner gekauft hat, das war ja jetzt auch im Regelfall nicht der normal Geschäftsmann oder der normal Verkäufer oder sowas, sondern das war ja schon irgendwie jemand, der irgendwie auch Anwendung für das ganze Thema hatte und deswegen ist das sowas Mystisches teilweise, sowas, was so sehr emotional aufgeladen ist und was halt einfach auch so die Fantasie und die Liebe für das Thema so ein bisschen neu entfacht und ich glaube, das macht dieses ganze Uhr-Thema echt spannend oder Vintage-Uhren, Neo-Vintage-Uhren-Thema schon spannend, weil das teilweise auch Sachen sind, wo man ja dann nochmal sich neu verlieben kann und neu drüber nachdenkt. Da stimme ich dir zu. Gut, ich würde sagen, dann haben wir da eigentlich ja schon so ein bisschen unsere Definition gefunden. Es wird mir nach wie vor schwerfallen, da irgendwie einen Text rauszuschreiben, aber ja, vielleicht muss man das auch gar nicht, um da irgendwie ja alle unter einen Schirm zu bringen. Lasst uns auf jeden Fall eure Definition davon zukommen. Schreibt uns das gerne in die Urtalk-Community, auf Instagram oder per Mail an urtalk.gmail.com und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und allen anderen einschlägigen Plattformen. Schaut gerne auch auf YouTube vorbei, da könnt ihr euch die Podcast-Episoden auch anhören, vielleicht dann irgendwie über ein Smart-TV oder so weiter, nur dass ihr da einfach nochmal eine weitere Ausmahlmöglichkeit für eine andere Plattform habt und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für die Aufnahme, freue mich auf die nächste und übergebe dir das letzte Wort. Ja, Lukas, danke dir, das hat mir auch, heute habe ich es ein bisschen mit den Versprechern, ihr merkt schon, es hat mich auch gefreut, mit dir aufzunehmen, das war lang überfällig, es war ein sehr, sehr cooles Thema und es freut mich, dass wir da eigentlich ja unterm Strich doch eine relativ ähnliche Ansicht haben, was die ganze Thematik anbelangt. Wie gesagt, ich bin jetzt darauf gespannt, wie ihr das ganze Thema seht, vielleicht gibt es ja ganz, ganz eine andere Ansichtsweise von einem von euch und lasst uns das gerne wissen auf den einschlägigen Kanälen, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt und in dem Sinne bedanke ich mich für alle oder bedanke ich mich bei allen, so, die bis hierher eingeschaltet haben, die beziehungsweise bis hierher zugehört haben, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020